So, der erste Schritt ist gemacht. Hier kommt schön eine Wallbox an die Wand. Schön mit 22 kW, vorbereitet ist alles. Kabel war schon vom Hauserbauer gelegt, lag quasi hinter dieser Wand, musste nur noch angeschlossen werden und jetzt warten wir auf den zweiten Schritt, die Wallbox. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020